Hey, ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Ender Games. Mit dabei ist der Koko Kosova. Da drüben ist er, hallo. Hallo, 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 hallo. Okay, ja, wir sind hier in Ender Games und es sind so wenig Leute hier, weil wir haben jetzt, ja, kurz vor 12. Ich habe eine geile Position. Bitte, die bleiben. Ich möchte aber, ich möchte deine Position, ja. Kacke, ich habe, ich habe jetzt eine richtig Kackposition, okay. My life is a part of my life. Ich habe wieder mal nichts bekommen. Nein, doch. Oh, man. Okay, egal. Egal, Leute. Eine Ender Perle werfen und dann ist das Leben wieder in Ordnung. Dann ist das Leben wieder in Ordnung. Ich sage es euch einfach nur. Dann ist das Leben wieder in Ordnung, ja. Dann hat es nichts mehr damit zu tun, wie viel Schrecken und Armut auf dieser Welt herrscht, ja. Wenn du eine Ender Perle geworfen hast, dann ist alles wieder in Ordnung. Wie sieht es von deiner Ausrüstung her aus? Ähm, recht gut, Alter. Drei Gold. Okay, ich bin irgendwie in einem Urwald und ich finde hier keine Kisten. Ich habe zwar zwei Eisen. Könnte mir dann im Notfall was craften. Hat sich alles geändert. Drei Diers. Okay. Dann würde ich mal sagen, GG, du hast die Runde gewonnen. Ich war nett und du musst mich gleich wieder so richtig demütigen. Was ist los mit dir? Sechs Diers. Boah, ich bin richtig cool. Ähm, bist du zufälligerweise in meiner Nähe? Nein. Oh Mann, ey. Bin ich Gott sei Dank nicht. Was heißt hier jetzt schon wieder Gott sei Dank? Was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Willst du jetzt wieder ein bisschen unverschämt werden oder was? Was ist los mit dir? Ähm, was ist mit der Kiste? Oh, da ist eine Kiste. Ja, geil. Und ich gucke rein und da ist ein Bogen und Pfeile und ich liebe Bogen und... If you have the end of the note, clap your hands. Oh Mann. 9. Okay, so. 177 Blöcke, wie kann das denn... Achso, ja. Leben ja nicht mehr viele Spieler. Hm. 100. Ähm. Okay, ich muss aber eigentlich Level farmen, aber das ist mir jetzt egal. Denn ich werde mich mit dem hier anlegen, mit dem Cupcake. Cupcake. Nein, ich wurde getauscht mit dir. Was auch vor dir... Hinter dir sind welche. Und hinter... hinter mir? Ja, ich glaube schon, da war einer hinter dir. Bin mir nicht sicher. Ne, ich hab den vor mir jetzt getötet. Achso, okay. Den du nachgerannt bist. Abstauber. Aber ich sag nichts dazu. Wieso sagst du jetzt nichts dazu? Traust du dich jetzt nichts dazu? Traust du dich jetzt nicht, deine Meinung dazu zu sagen? Abstauber! Ich bin abstauber richtig beschissen. Achso, ich staub ab. Dann ist okay. Jaja. Jaja, das sind jetzt... Oh, ich kann mein Tierschwert verzauern. Ja, geil. Und da ist auch noch gleich ein Enchartment-Table. Das sind mega viele. Ich hoffe, wir schaffen das. Wir schaffen das, Leute. Wir schaffen das. Oh, Schärfe. Oh, das... Das kann was werden, ne? Mit, ähm... Mit einem Schärfeschwert, ne? Oh, das war jetzt nicht so geil von ihm. Okay, der ist jetzt leider tot. Leider. Das war jetzt nicht so geil von ihm. Okay, 29 weg von mir entfernt. Go, go, Power Ranger. So, schön. Hier oben aufpassen. Gut. Erster mit Geld. Und ich bin hinter ihm und er checkt's nicht. Killer Master. Nein! Nein, ich bin in ne scheiß Falle gegangen. Okay, puh. Also, wie scheiße ist das? Ganz ehrlich, Leute. Wie scheiße. Ja, so ne behinderte Falle, du weißt schon da, wo man sich dann wieder so rausgraben muss im Wasser. Achso, diese... Ich denk mir manchmal so, Leute, seid ja alle hobbylos. Ja, okay, aber wir machen das doch auch manchmal. Ja, aber wir machen nicht so ne behinderte Wasserfalle wie der. Okay, ja, jetzt hab ich diesen Cupcake getötet, ja? Und so richtig mit so nem geilen Bogenshot. Das war richtig hot, dieser Bogenshot. Ja! Ich hab noch einen. Boah, bin ich cool, ey. Okay, so. Also erstmal hier ganz kurz gucken, was kann ich mir machen. Dann mach ich mir, würde ich sagen, erstmal Schuhe, einen Helm. Oh, nee, jetzt hab ich meine Sachen verloren. Oh, du wurdest mit mir getaucht. Oh, ja. Jetzt hab ich leider deine Sachen. Ja. Wie traurig die Welt doch ist. Ja, wie unfair. Richtig unfair, diese Welt, Alter. Ich kann mir ein paar Brode machen. Zack. Brote. Und dann kann ich mir hier sogar noch... Ich bin so ein Trottel. Was denn passiert? Ähm, ich wollt Enderperlen auf den Boden werfen. Das wär cool, wenn wir beide jetzt wieder im Finale wären, ehrlich gesagt. Das würd ich richtig feiern. Ja, das ist megacool. Ich, ich wird feiern und dann will ich Party, Party, Party. Und wer gewinnt dann? Natürlich du, weil du ne bessere Ausrüstung hast als ich. Aber, das ist dann schon okay. Nee, muss ich sein. Ich stelle mich auch manchmal blöd an und dann verliere ich einfach so. Kennst du dich doch. Du stellst dich aber auch nur ganz selten blöd an. Aber nur dann, wenn's wirklich kritisch ist. Nur dann, wenn's richtig kritisch ist. Und der McFish ist nämlich jetzt bei mir in der Nähe. Oh. Ich wurde mit McFish. Ah, McFish ist bei mir auch in der Nähe. Genau. Ah, boah, so geht. Du bist 300 weg von mir entfernt. Das ist cool. Und. Ja, ich hab ihn tot. Bam. Okay, krass. Okay. Hast du noch noch Dia für mich? So, so, nur so. Nebenbei. Wow, das war jetzt so ein Skiller. So ein Skillteil. Ähm. Und Dia? Nee, ich brauch dich selbst. Gut, ich hab schon. Danke. Aber machen wir dann fair, oder? Nee, fix nicht. Nein, doch, doch. Sonst verliere ich wieder. Okay, gut. Gut, gut. Gut, gut. Steht vor Hochmut. Okay. Erstmal raus hier. Dann, dann, dann. Kann ich mir noch was Geiles craften? Und zwar. Hast du einen Apfel? Hast du einen Apfel? Hast du einen Apfel? Oh, Mann. Wieso? Was wolltest du mir craften? Ich wollte mir gerade eine schöne Hose craften. Und ich crafte mir jetzt nochmal zwei Goldäpfel. Du kriegst dann natürlich einen. Ja, das ist natürlich super geil von dir. Und ja, ich hab'n hier gefunden. Was kannst du jetzt machen? Dieerhose. Oh, nee. Oh, nee. Das ist mir einfach zu viel. Tut mir leid. Ich glaub, ich muss... Ich glaub, ich geb auf. Oh, Mann. Ich weiß nicht, ob ich eine Dierhose machen soll. Naja, ist deine Entscheidung, ne? Auf jeden Fall. Du kriegst... Ach, ein Goldapfel von mir. Klar. Ja, aber nicht sofort angreifen, okay? Ja, ich seh' dich da drüben, aber ähm... Ich teleportier mich mal schnell zu dir. Pass auf, ich bin nämlich gleich tot. So. Hi. Ich bin hier oben. Verdammt, ich... Du könntest mir vielleicht... Und wenn du mir ein Eisen geben würdest, dann könnte ich mir eine Hose machen. Und wenn du mir dann noch ein Dings gibst, ein Goldapfel, dann sind wir genau gleich. Ja, okay, ich hab ihn. Warte, ich crafte noch schnell. Ich mach mir schnell Dierhose, okay? Ja, dann macht ihr das. Dann macht ihr das. Ich werde sowieso verlieren. Wer sagt denn, dass wir verlieren? Okay, ich geh da mal weg. Ich werde sowieso verlieren. Okay, warte, da... Wir gehen so auf eine freie Fläche, okay, die so richtig OP ist. Okay, passt das hier? Warte, ich muss noch ganz kurz was umändern hier drin. Okay, so. Dann mach ich noch... So, ähm, das ist... Wiele hast du? Ich hab 19 Pfeile. Achso, okay, dann warte, dann kriegst du noch ein paar. Genauer gesagt, noch einen, weil dann haben wir beide... Oh fuck, ich hab die alle weggeworfen. Oh man. Oh scheiße, warte, dann geb ich dir genau die Hälfte, dann hat jeder 20. Ja. Okay, ich geh jetzt weg und dann schreib ich in den Chat 3, 2, 1 und dann geht's los, okay? Gepasst. 3, 2, 1, go. G-O-WO-P-O-Ranger. Oh, der hat verzaubertest du hier schon. Oh, da ist ein Känguru, Alter, das haut schon wieder ab, ey. Was ist hier los mit dem? Was geht los? Was geht los, der Ryan? Alter, er kombot mich richtig weg. Ich werde trotzdem verlieren. Alter, was ist hier los? Oh, du hättest du. Nein! Wie viel Herzen hattest du noch, Gigi? Gigi. Ähm, 4, aber ich... Hätte ich jetzt keinen zweiten Goldäpfel, hättest du gewonnen. Du hattest 2 Goldäpfel noch. Ja, ich hab doch gesagt, ich mach noch 2, ich hab schon einen, du hast einen, ich hab 2. Ach so, okay, ja dann, weil ich hab, ich glaub, ich hab dich damals da richtig gut getroffen, als du dann abgehauen bist. Da hatte ich dann noch, glaub ich, 1,5 Herzen oder so. Alter. Weil, ähm, du hast den Goldäpfel gleich am Anfang gegessen, gell? Ja. Ich hab meinen erst danach gegessen, als ich weggelaufen bin. Ja, aber du hast mich auch am Anfang gut weggekrittet, deswegen... Ist das schon ganz fair gewesen. Ich würd sagen, Leute, das war's von dieser Runde. Endlich hat der Kosovo auch mal gegen mich gewonnen. Das war ganz, ganz selten mal, dass er verloren hat. Äh, dass er gewonnen hat. Deswegen würde ich mich freuen, beziehungsweise er würde sich freuen, dass er für diese tolle Leistung, ähm, ein Like bekommt. Also wenn euch, ähm, die Folge gefallen hat, dann lasst doch ein Like raus, würde mich sehr freuen. Und ja, das war's von der heutigen Folge Ender Games. Ähm, ja, ich freu mich auf die kommende Zeit. Und was ich noch sagen wollte, Leute, ähm, 2., 4. September oder so kommt Sims 4 raus. Und das möchte ich unbedingt let's planen, weil Sims 4 so geil werden wird. Ich freu mich schon ultra drauf. Ja, aber das erklär ich euch alles nochmal in einem extra Video. Ich würd sagen, das war's. Haut rein und ciao. Ciao.